Moin Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ich habe jetzt alle Sachen hier in die Truhen getan und möchte euch jetzt gerne das Preis geben, was ich in den letzten Part angeteasert habe. Wir gehen heute in den Nether, auch wenn wir wahrscheinlich sterben werden. Es ist immerhin besser, als dann noch lange zu warten, bis wir einen Zaubertisch herstellen können, also einen verbesserten Zaubertisch von Enchanting Plus. Dafür brauchen wir noch einen Feuerstein und Obsidian. Haben wir aber zu wenig. Haben wir nur so wenig? Okay. Ja, wir haben nur so wenig. Müssen wir noch holen. Okay. Ähm. Einfach mal ein Feuerzeug machen. So. Und dann kurz runter gehen in die Mine. Haben wir schnell gemacht. Ja, ich kann nicht rennen. So, dann rennen wir in die Mine. Da unten ist keines und andere. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Granit. Wir müssen hier runter. So. So. Und hier ist die andere Schlucht. So, dann schauen wir mal. Hier könnten wir aber, ja, das Fließen, das geht nicht so gut. Aber immerhin können wir jetzt hier durch. So. Geh weg. Ähm. Ja, wo haben wir Obsidian? Wo waren wir? Glaub ich, hier drin. Kann das sein? Dann holen wir noch das Obsidian. Ja, scheint so. Hier haben wir genug Obsidian. So. Dann nochmal abbauen. Ähm. Ich glaub mit 10 kann man's machen. Ich mach mal 12. Was brauchen wir für den neuen Zaubertisch dann auch wieder Obsidian? Kann sein. Ja komm, wir haben Zeit. Machen wir das noch kurz. So. Die Zombies warten schon. Aber ihr könnt mich nicht erreichen. Jetzt hab ich 10. Hier ist 10. Hm. Ja, dann müssen wir... Machen wir das Wasser weiter. Ja, da ist jetzt ein Zombie. Der uns erreicht hat. Ähm. Naja, geht nicht so gut. Wir gehen jetzt hier. Genau. So. Mal die Schere weglegen. Ach man, das Wasser muss immer so blöde fliessen. Echt blöde. Machen wir das so. Noch einen. Komm schon. So. Das sind mehr als 20. Also irgendwie ist das Obsidian jetzt ein bisschen zäher. So. 13. Hm. 13 reicht. Völlig. So, jetzt gehen wir wieder nach oben und dann haben wir... Ah, wir könnten das Portal wirklich dort reintun. Ja, dann würde es aber auch ein bisschen stören. Ähm, in die Höhle einfach reintun. Ja, da können wir nicht hoch... Ah nein, nicht ins Skelett. Boah. Jetzt hilft uns einfach mal durch die Lava hindurch. Ah, ist nicht so gut. So, jetzt. Hopp. Ja, ja, ja. Ah, ja. Wir müssen irgendwie nicht nach oben. Ja, das ist der Weg, den wir... Genau. Da mal, ähm, uns eingebaut haben. Zum Parkbänden. Das ist falsch hier. Wir müssen hier rüber und hoch. Ja, komm Skelett. Wo bist du jetzt? Seh dich nie. Da. Ich muss mich hier... Also hier... Ja, hier doch. Gut. Haben wir das auch gefunden. So. So. Nach oben, bitte. So, ähm, ja. Doch. Gut. So, holen wir nochmal ein bisschen Wasser. Wir haben es ja da unten gelassen. So, und jetzt gehen wir, ähm, das Portal. Das könnten wir eigentlich... Ist das genug weit weg? Ja, ja. Ist genug weit weg. Oder würdet ihr uns das zerstören hier? Weil das sieht sicher schön aus, hier so... Am Rand. Oder im Wasser. Nein. Wir machen das Portal hier hin, oder? Oder ganz woanders. Hm. Ja, komm, wir machen es hier hin. Machen wir das noch schnell, bevor es dunkel wird. Ja, das ist... Das ist jetzt nicht so gut. So. Das... Zum... Hör... Bauen. Ssssss... Oh. So. Das wollte ich nicht. Müssen wir das auch wieder abbauen. Kennen wir noch, bevor die Monster spawnen. So. Okay. Nutzen wir die zum abbauen. Jetzt ist es aber schnell rein ins Haus. Kurz übernachten. So. So. Und überall haben wir Grillen, natürlich. So. So. Und jetzt anzünden. Mit dem Feuerzeug. So. Okay. Ja. Dann machen wir mal die Sachen hier in die... In den Rucksack. Fahrzeug auch. Und gehen hinein. Puh. Ich wette es sind überall Spinnen dort und so. Die uns sofort angreifen. Wir müssen noch tiefer. Wir müssen noch tiefer. Und? Okay. Da sind wir. Machen wir gleich mal... Oh, wir sind jetzt sehr gut geschützt von den... Ghast. Attacken. Spawn. Ähm. Spawn. So. Damit wir zurückfinden. Und jetzt haben wir hier... Sogar dichtes... Also vom dense ore mod. Cool. Direkt mal... Schön. Quarz. Auch wenn sie es wahrscheinlich nicht so oft... Benutzen... Müssen... Wollen. So. Ähm. Da ist ne Festung. Gut. Sehr gut. Scheinen wir uns um. Keine Feuille. Fledermäuse. Nix. Gut. So. Ähm. Da ist ne Festung. Sehr gut. Scheinen wir uns um. Keine Feuille. Fledermäuse. Nix. So. Keine Fockeln. Kein Feuerzeug. Das ist nicht so gut. Äh. Nicht Feuerzeug. Ähm. Kohle. Ja. Wir graben uns jetzt mal noch hier oben. Dann kommen wir bei der Festung raus. Wenn wir es richtig sehen. So. Was bekommen wir hier? Sulfur. Aha. Na. Hallo. Saubertisch haben wir auch Grabsteine. Okay. Jetzt kommt bei den Grabsteinen. Für was sind die eigentlich da? Also die kann man wahrscheinlich so abbauen. Aber. Okay. Bei uns a plenty. Hallo. Aha. Hier haben wir. Einen guten Eingang. Da hat es irgendwelche Imps oder was das sind. Da ist eine Feuerspinne rechts. Ja. Knochen. Hm. Dann gehen wir in die Festung. Oh. Nicht in Gas. Bitte nicht. Hallo. Hallo. Dann gehen wir mal dort. Dann gehen wir mal dort. Hinein. Okay. Runter. Ja. Aber. Da ist nichts drin. So, ist jetzt wirklich hier nichts drin? Da ist jetzt drin, gut. Hallo? Da hat das Ding. Die könnten auch schwer sein, die Lohe. Dann müssen wir uns mal ein bisschen verteidigen. Ja, ja. Diese Taktik habe ich vom Roglai-Tanschen. Weil dort müssen wir auch so extrem nach vorne uns ausbreiten. Tausende Gegner. Oh je. Oh, nicht noch ein Witter-Skelett. Uah. Shit. Ja, toll. Kannst doch noch erreichen. Oho. Komm. So. Aber wir brauchen eine Lohe-Route. Ah, die kommen nicht zu uns. Das ist das Problem. So. Eine Lohe-Route. Dankeschön. Da haben wir auch die nette Warzen. Sehr gut. Sehr gut. Dankeschön. Nett, nett. Ah, da können wir gleich mal Soulcent noch mitnehmen. Nehmen wir gleich alles mit. Wir haben genug Platz. Ha. Wir haben den Rucksack des Platzsparens. So. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier hat sich irgendwo eine Truhe. Ja, das kam mir, wie ich erwartet habe. Also. Da ist eine Sockgasse. Mhm. Ha. Dann gehen wir doch nach oben. Schauen uns dort um. Ja, Gast. Du musst dich nicht verstecken. Ja, viel können wir aber auch nicht ausrichten gegen die Gastes, weil sie weit weg sind. Ah, das ist so schön. So viele Sachen. Eine Kohle haben wir. Können wir jetzt eine Fackel machen. Also vier Fackeln machen. Besser gesagt. So. Dann machen wir gleich mal die vier. Gut. Schauen wir uns weiter um. Ja, man sieht, es sind recht viele Zombies, Schweinezombies auf der Map. Zum guten Glück, der Gast ist hinten, also rechts von uns. Gut. Das sieht man auch, aber nur bis jetzt wahrscheinlich bald nicht mehr. Ähm. Ja, wir müssen dann irgendwo hier dann weiter. Zum Beispiel hier runter. Okay, die müssen wir nicht mehr nehmen. Hier runter. Ähm. Eine Sockgasse. Wir müssen schematisch, also dass ich nichts verpasse. Wir müssen einfach immer links herum oder so. Uns merken, wo wir durchgehen. Hä? Okay. Da waren wir. Da zum Pflanzen. Goldene. Ähm. Ja, Eife und so. Hm. Ähm. Ja, ist recht viel neu mit den Mods. Ich war eigentlich sogar bei Barum Supplenty nie in dem Neffer. Also Barum Supplenty macht sehr viel anders im Neffer und das macht auch viel aus. Also, dass wir viel mehr entdecken werden. Und darauf höre ich mich sicher am meisten vom Neffer. Dann werden wir ja dann mal sehen, was wir alles so entdecken. Wir werden oft hier in den Neffer rein gehen. Okay, bald wieder fertig, der Part. Da haben wir was an das, siehst du das? Asche-Block. Oh, Asche. Asche, Asche, Asche. Asche. Asche, Asche, Asche. So, hier könnten wir noch rein. Hallo? Ist hier jemand? Äh, hier ist gar nichts. Oh, schade. Hm. Ah, das ist noch so ein Durchgang für den Spawner. Gut. Hallo Spawner. Ja, da gehen wir noch ein bisschen hier runter. Und schauen uns hier ein bisschen um, ein bisschen, ja, um. Hier haben wir Höllerrindenholz, okay. Boah, bin ich konzentriert. Tut mir nicht, wenn ich manchmal ein paar Redefehler mache, sozusagen. Also, ob es richtig, ähm, schon bedrohlich irgendwie so. Ach, wenn, das Grün ist hier. Ich muss immer Vorsicht warten. Wir könnten dann plötzlich sterben. Ein Creep, der plötzlich sofort exportiert, okay. Ui. Heftig. Das ist zwar heftig. Wir haben so coole Sachen gefunden. Hier haben wir Pilze. Hm. Der Baum interessiert mich hier noch. Aber zuerst möchte ich da noch schauen, was das für ein Erz ist. Drakonisches Erz. Ja. Okay, das können wir nicht abbauen. Abbau Level 3. Ja, das heisst nur Level 3. Abbau Level 3. Ich weiss jetzt nicht. Ich lass es mal. Und Blutholz. Natura. Ich möchte gerne ein bisschen Blutholz. Oh, ist das zäh. Okay. Nett. Sieht irgendwie. Komisch aus. Bedrohlich. Was kann man herstellen? Rotes Holz. Holzplatten. Okay. Auch wenn es innen nicht so rot ist. Es ist doch rot dann. Hm. Ich möchte gerne Setzlinge haben. Aber wie setzt man dann die an die Decke? Es kommt ja von oben runter. Komisch aber. Ja. 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 Wie viele haben wir hier? Okay. Nehmen wir keine Setzlinge mit. Hier haben wir noch brennende Blüten. Wow. Bin ich erschrocken? Danke, dass du mich gleich anzündest, wenn ich dich weg... Hm. Muss ich mit dem Bogen oder was? Okay. Wir haben aber drei Blüten. Das reicht. So. Dille. Ach, Klaus. Dann haben wir genug. Oh, da ist eine Spinne. Bitte nicht. Greif mich nicht an. Und ja, nicht so. Flammenfahren. Ich dachte schon, das ist so etwas. So. Ja, wie kommen wir jetzt am besten wieder zum Portal? Ich grabe mich mal. Ja. Okay, ich bände ja den Part. Schnell. Und dann mache ich wieder neue Aufnahmen. Bis gleich. Dankeschön fürs Schauen.